Hallo, Fabian von CryptoCircle hier. Im letzten Video ging es ja mit einem Blick auf Ethereum und den damals beginnenden Bullrun viel darum, was bei ETH passiert ist. Heute soll es im Video um Bitcoin gehen und die Frage, ob die Massenadoption da jetzt eigentlich schon begonnen hat. Im letzten Video gab es eine kleine Spitze und der ein oder andere Zuschauer hat das auch auf Roman bezogen. Ich habe in der Folge mit Roman geredet und möchte auch hier nochmal klarstellen in Bezug auf Roman. Wollte ich natürlich nicht sagen, dass er Kaufempfehlungen gibt oder ähnliches für irgendwelche Shitcoins. Ich weiß, das macht er nicht. Das jetzt nur nochmal vorneweg. Ansonsten, warum heute über Bitcoin reden? Der Bullrun diesmal ist eigentlich relativ gut, wenn man möchte, zu erklären, auch mit Sachen außerhalb der technischen Analyse. Wir haben einfach eine ganze Reihe guter News gehabt und vor allen Dingen, wie ich finde, auch ziemlich großer News. Und das möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen einordnen, was das heißt. Das Größte war sicherlich, was dem Bitcoin jetzt über 10.000 gehievt hat, die Entwicklung in den USA. Aber auch in anderen Ländern hat sich Positives getan, so zum Beispiel in Korea. Korea ist in Sachen realer Nutzung von Kryptowährungen sehr, sehr weit vorne. Und in Korea ist auch die Adoption sehr, sehr weit fortgeschritten. Da hat schon vor Jahren quasi jeder Südkoreaner, der auch Aktien besessen hat, auch in Kryptowährungen investiert. Allerdings ist da dann die Regierung auch relativ hart gegen zum Beispiel die ICOs vorgegangen. Hat das dann sehr schnell verboten. Und dort ist die große Nachricht jetzt, dass die KB eine große teilstaatliche, wohl die größte südkoreanische Bank, siehst du hier neben mir, jetzt auch einen Custodial Service für Bitcoin eingerichtet hat. Das heißt, die Bank verwahrt die Bitcoin auf einem Wallet oder wie auch immer sie das nennen wollen, in deinem Auftrag. Das heißt, der Interessent muss sich jetzt überhaupt nicht mehr mit Bitcoin beschäftigen. Der kann im Endeffekt zu seiner Bank gehen, zu der KB Bank und sagen, Hey, ich will Bitcoin haben, sagt die Bank, okay, machen wir, haben wir eine Lösung vorher. Ganz ähnlich, wie wenn man eben Gold bei der Bank kaufen will. Das funktioniert jetzt im Endeffekt genau so. Diese Entwicklung hatte sich natürlich auch schon in den USA abgezeichnet oder wurde da eher vorweggenommen. Ist nämlich genau dieser Schritt jetzt zu Beginn oder kurz vor Beginn des Bullruns public gegangen, dass eben hier jetzt Banken in New York das machen dürfen. Also das Ganze ging vom DFS in New York dann aus, Department for Financial Services meine ich, des Staates, Bundesstaates New York. Warum ist das wichtig? Kann man natürlich in einem Wort zusammenfassen. Ja, Wall Street. Was soll das heißen? Hat jeder gemerkt, der sicher schon mal ein ETF gekauft hat. Na, die großen Produkte, will ich mal sagen, die dann die ganze Welt abdecken, die da immer beworben werden. Wenn man sich da mal anschaut, wie sind die aufgeteilt, dann merkt man, Wow, damit lege ich meine Kohle ja zu zwei Drittel bei diesen Aktien-ITFs in den USA an. Und das liegt einfach daran, dass der Finanzmarkt in den USA, damit im Endeffekt der Finanzmarkt in New York, der mit gigantischem Abstand größte der Welt ist. Der Finanzmarkt der USA ist ein ganzes Stück größer als alle weiteren Finanzmärkte weltweit zusammengenommen. Und entsprechend erklärt sich dann auch, wie gewichtig diese Entscheidung war, dass dort für Bitcoin und ETH grünes Licht gegeben wurde. Und jetzt wurde das Ganze nochmal erweitert. Mittlerweile sind das zehn Kryptowährungen. Liste kannst du hier neben mir sehen. Da sind sehr, sehr viele Stablecoins dabei, die da die Anforderungen erfüllen. Und dann sind neben BTC und ETH, denke ich, die erwähnenswerten BCH, also Bitcoin Cash, und Litecoin sowie XRP, der von Ripple stammende Token. Und damit hat man dann doch nun eine Handvoll, die als stabil, groß genug usw. erachtet wurden, um eben die Anforderungen dieses Regulators zu erfüllen. Das Ganze kann natürlich Kryptowährungen deutlich voranbringen. Stichwort Massenadoption. Viel, viel diskutiert. Gibt es Anzeichen für? Ja, es gibt Anzeichen für sowohl bei BTC als auch bei ETH. Nähert sich die Zahl der aktiven Adressen, also je nachdem, wie man das misst, die zum Beispiel in diesem Jahr eine Transaktion gemacht haben, den All-Time-Highs von Anfang 2018. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Genauso verändert sich die Verteilung der Bitcoin. Und das ist jetzt wirklich eine große Sache. Lange Zeit jetzt, die letzten Jahre, haben die sogenannten Wale, wenn man sagt, jeder, der über 100 BTC auf einer Adresse hat, ist eine Wahl, die haben zwei Drittel, sagen wir mal, über 60% der Bitcoin gehalten. Mittlerweile ist dieser Anteil unter 50% gefallen und der ist zu kleineren Adressengang. Das heißt, der Bitcoin verteilt sich. Der wird in seinem Besitz dezentralisierter. Und genau das ist das, was man für eine Massenadoption erwarten würde. Und hier hilft jetzt natürlich auch, dass die Banken, naja, dass wenn ich jetzt in den USA, ich gehe irgendwo auf dem Land, in New York State, in meinem Dorf, in meine lokale Bankfiliale, bespreche da vielleicht mal eine Altersvorsorge, was da jetzt kommen wird, weil es jetzt geht. Es ist halt, dass der Berater mir erzählt, ach mein Gott, mit Staatsanleihen hast du realen und eine negative Rendite, kannst du dir nichts aufbauen. Aktien, kannst du noch 2-3% machen. Dass der andere dann da sitzt und sagt, jo, aber das reicht mir nicht. Damit schaffe ich es nicht mehr, meine Sparziele zu erreichen. Und dann wird halt kommen, okay, wenn du risikoaffiner bist, wir haben hier ein ETF, in dem jetzt eben auch Bitcoin sind oder was auch immer, mit dem, denk mal, kannst du immer noch zweistellige Renditen erzielen. Und das ist natürlich dann jetzt der Mechanismus, mit dem das wirklich in die breite Masse kommt, weil man sich gar nicht mehr damit beschäftigen muss, weil die Experten, die Bankberater, die das den ganzen Tag machen, das damit es reguliert ist, anbieten dürfen, weil die Staaten, denke ich mal, dass da jetzt die Aktivität kommt, ja, Südkorea hat damit jetzt auch einen eleganten Weg gefunden, da Gewinne zu besteuern, das Ganze. Die Einnahmen brechen ja vielen Staaten im Moment ein bisschen weg, während die Ausgaben steigen. Dann ist man vielleicht auch ein bisschen geneigter, da jetzt bei den Kryptowährungen was abzuschöpfen, wenn man die legalisiert. Wie siehst du das denn? Würde mich natürlich auch interessieren, wenn wir hier ein bisschen diskutieren. Sind wir schon auf dem Weg zur Massenadoption und wir haben es noch gar nicht mitbekommen, passiert die gerade vor unseren Augen. Heißt das auch, dass das den nächsten richtigen Bullrun auslöst, also wo wir mal ein neues All-Time-High bei Bitcoin, bei Ethereum und so weiter sehen. Wie sind da die Meinungen? Einige Leute sind ja extrem optimistisch, was das Ende des Jahres und dann Anfang nächsten Jahres betrifft. Müssen wir natürlich schauen, was die Zeit bringt. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer du das guckst und bis zum nächsten Mal.